Na welches ist denn nun recht? Ich sollte mich entscheiden. Oh! Künstler! Künstler! Oh! Das war so zusammenklapp. Haha, Peter! Ich kann's doch nicht nach, wenn die nicht spielen, wenn man lachen muss. Das geht nicht. Wie die Suppe mit ohne Salz? Das geht auch nicht. Wie die Suppe mit ohne Salz? Was schon mal mit ohne Salz? Das ist schwer von Salz. War nicht hier von rein, Sturm. Das stimmt ja sehr gut. In der Renaissance war das so. Welcher denn? Na ja, ich hab keine Ahnung, dass die Finger bewegt. Das wäre Angst nach Langst in Leipzig, wenn wir im Gewandhaus spielen, machen wir das natürlich mal. Dresen ist ja nicht so wichtig. Vielleicht verputze ich das nochmal vorher. Geht's jetzt? Geht's jetzt? Ich hab Angst. Ich hab Angst doch einfach mal anzuspielen. Mensch, da ist das hinter mir. Ne, die sind nicht. Na ja, die sind nicht. Na ja, die sind nicht. Na ja, die sind nicht. Wenn ich früher in der Schule gequatscht habe, hast du auch hier mit der Kleide geworfen und so weiter. Ganz genau, das ist nicht nur der Stefan seine Lehrerin, sondern auch seine Mama. Weil du auch mit seiner Lehrerin gerne hübsch, wenn er nur darfst du machen. Endlich. Wir fangen dann auch an. Irgendwann machen wir auch Musik. Wir machen es einfach wirklich spannend. Ich kann noch ein paar Noten auspacken. Das können wir heute nicht. Ich kann noch ein paar Noten auspacken. 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 Annenberg eingeheißt, nach Eisner. Annenberger. Und aus Einsiedeln. Aus Einsiedeln auch. Da kann man gleich ganz kurze Hymne noch hier, Berge bümmt. Wahnsinn, die Berge sind hier. Das Steigerlied, meine Damen und Herren. Oh, Wahnsinn. Ist eine schöne Sache hier. So, wo waren wir? Jetzt waren wir zum Schluss im Erzgipier. Wo gehen wir noch hin? Fast zum Abschluss ist das Kleinkulturprogramm. Hier oben auf der Schongy. Ja, Europa ist groß. England? England ist auch nicht schlecht. Ist auch ein Land, wo auch Menschen wurden. Machen wir zum Abschluss. Ein englisches Gut. Europa ist gut. Und England ist erst in der Insel und zweitens nicht in Europa. Nichts von Brexit gehört. Irland ist auch ein Land. Aber nicht England. Auch von einem Menschen hier aus dem Erzgipier. Ein Lied aus Finnland. Ja, ein finnischer Franz. Wenn uns eine Irrwahn Volker, jetzt kommt es zum Schluss. Herr Volker tanzen kann. Kann das wirklich führen können. Finish. Let's lead. Zum Finish. Ein finnisches Lied, sag ich mal jetzt. Meine Damen und Herren. Eine Irrwahn Volker. Und mit Frau Volker wollen wir sagen, Hey. Echt? Oder so. Natürlich, wenn du jetzt dann nach dem Finishing sagst, Hey, spiel mal. Mach das. Sind wir auch nicht so. Wir sind ja. Wenn die Stimmung da ist, dann. Hammer aufmachen. Weil du den Text merken kannst. So. Das geht ihm fast ab. Das ist er für den Spiel. Für dein Elefant. Ja. Ja. Na, wette bin ich. Hier. Und jetzt ja. Und schön. Schön fluppig. Ja. So wie der Finne ist. Und wie der Finne ist. Oh, den Händen dann hier der Typ. Pferdmann. Sehr schön. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. 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 Untertitelung.